Oh Gott, ist jetzt auf dem Bachbarer Sitz? Lauter machen, man hört es. Das war sehr gut. Alter! Au! Eine Panzer für mich. Vielleicht schaffen wir es ja. Aber nicht das Wasser fangen, bitte. Wir haben uns festgefahren. Sehr gut. Wir fahren direkt rein durch das Tor. Einfach Überraschungseffekt. Feuer! Wo sind sie? Raus, raus, raus! Hilfe! Ich bin unten in der Burg drin. Ich habe ihn getötet. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Battlefield 1 mit Stefan, Lukas und Special Guest... Und... Alex! Max! Max, stopp, stopp! Stopp, bleib stehen! Okay, ich bin drauf, ich bin drauf. Los! Oh, hier ist ein Feind! Rechts! Oh, die Musik ist zu laut. Es ist... okay, es ist tot. Okay. Warte, warte! Oh Gott! Ist jetzt auf dem machbarer Sitz! Lauter machen, man hört es. Das war sehr gut. Alter! Ein Panzer! Eine Panzeracht für mich! Bester Start ever! Sonst irgendwelche Drogen im Spiel? Ja, Blechdosen! Ja, Blechdosen! Ja, die Blechdose... Die sitzt gerade am anderen Ende der Leitung. Blechdose hat mir ein Auto hinterher gebraucht. Soll ich deine Wunden versorgen? Ach, ich habe gedacht, Alex nimmt sein Auto als Mikrofon. Fuck, ich werde hier gerade... Weil es eine Blechdose ist... Oh, Entschuldigung. Lukas, ich brauche nicht mehr. Wo bist du denn? Bei C, irgendwo. Ich werde gerade überrannt. Alter! WTF? Hier sind so viele Tote. Ich bin down. Lukas, ich habe heute so eine Ausgur, die wie die Größegeschwindigkeit ist. Und zwar? Wirst du über 50 gekommen? Oh, Gott. Für 226. Ich habe mein Auto noch nicht so schwer gefahren. Nein? Nein, ich wüsste nicht... Also mein Auto kann mit 226 fahren, aber ich wüsste nicht... Ich hab's noch nicht ausprobiert 2,22 abgeregelt Was? 2,22 abgeregelt oder geht nicht schneller? Ach nee, nee, geht denk ich mal noch schneller aber Ich bin ja noch nicht mal 200 gefahren Bei mir ist bei 200 Was? Ich hab selbst unseren auf 190 gejagt aber der macht auch nicht mehr Hä? Warum fahren denn alle nicht mit 200? Geht nicht schneller Ja weil unser nicht mehr schafft Nee also ich bin einfach weil ich noch nicht dazu gekommen bin Du musst raus machen Es ist mir dann immer zu traurig Und um Sprit so, weil mein Spritverbrauch dann einfach durch die Decke schießt Ja bei mir geht's auch 25 Liter Da werden aus 7 Liter einfach mal so 15 oder so Im Durchschnitt Also nicht momentan, momentan sind dann so 25 oder so Oder Bera wenn du das mal für 3 Minuten machst Ja aber ich brauche nicht, warum soll ich denn für 3 Minuten über 200 fahren? Mein Auto braucht ja schon um von 100 auf 200 zu kommen Schon ne Weile Echt? Ich fahr gar nicht nur so lange Ja ich weiß nicht, also ich kann's dir jetzt nicht sagen wie lange ich brauche Oh Gott Kommt hier eigentlich ein feindlicher Panzer oder so? Achso dann wo? Was hast du dir liefert? Wir haben ein Battle mit einem Mercedes-Kombi Bei der die ganze Zeit hinter mir war Lichthub und so, weil ich extra langsam gefahren bin Dann war ich drauf gedrückt und dann hat er mit gezogen Dann hat er mich überholt Nee aber ab 210 hat er dann aufgehört Und ist dann einfach rechts oben Waffbarstreifen Ja also Schnauze Es sah Sprit aus ja Da ist direkt das Auto zerbrochen Weil der ist für dich Alter hier ist es mal die End Da oben sind Sniper Nee 30 liegt da gespielt habe ich heute verbandert Nur um einmal nach oben zu kommen AU! Ich brauche Hilf! Wo bist du? Stirb doch! 94 war eingetroffen Lukas was machst du bei A? Halt dich doch mal an deinen Squad Ich wusste ja nicht mal wo er war Ich war ja gerade auf der Festung gespawnt AU! Ich werd eingeschossen! Hilfe! So belebet mich doch wieder Für dich Kamerad Erste Hilfe Au ich brenne Anser Scheiß dich hin Bei D Alter voll Stefan ich hol dich Nimm schlatt Wo seid ihr denn? Bei D Bist verletzt Ich komme Ja ok Ich kümmer mich drauf Weg hier Ok Bei C sind Menschen Wir halten sie auf Ok da ist die Panzer Schalter der Panzer Ja Junge Oh Nein Ach Oh Ich werde hier eingeschossen Hilfe 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 Ich lieg hier unten irgendwo AU! Wir haben Einsatzteam Es wird mir hier zu heiß Es wird mir hier zu heiß Es war euch ein Feuermenschler Ja Hier steht grad jemand Mit ner Fackel neben mir Können sie mal bitte weggehen Ne aber hier sind sie auch Ne also ich muss sagen Flieger Ich hab auch immer das Gefühl Ich find das sehr anstrengend So schnell zu fahren Weil man sich dann unglaublich Konzentrieren muss Ja Ja genau das ist viel geiler Fertig Ab ins Dorf Ich mein ab und zu kann man ja mal Gas geben Ach Ach Hab ich ja auch nicht da je Aber Also ich bin da jetzt nicht so der Typ Dass wir da jetzt immer Also zum Beispiel Ich kann auch nicht mit Tempomaten Oh man scheiß Panzer Ähm Ich kann auch nicht Äh So schnell Also Beziehungsweise Ne Zum Beispiel mit Tempomaten Würde ich jetzt nicht auf 220 einstellen Das find ich Das find ich immer ein bisschen Unangenehm Weil Von hinten von hinten von hinten Ich kann nicht rein Ich kann nicht rein Du sagst es von hinten Ah shit Man Ich brauch mal Hilfe Max Alter wie der hier flohren ist Wieso sind denn hier keine Medics Ah Ich lebe gleich Ich hab noch 6 HP Was ist denn hier los Klasse Ich hab Peter getötet Peter Oder Peter Peter Ja Wir hatten schon irgendwo wieder ein Panzer Äh Wir müssen Auf E E Erobert das Ziel Auf was? Zur Festung Wir erobern jetzt die ganze Festung E E Alter da oben sitzt einer mit Maschinen Hier mehr Dazu trümmert alles was wir in den E Oh granate Shit Brandgranate Hallo ich bin im Wasser warum brenne ich denn Fahrfluchte scheiße Hier steht ein Pferd unter Wasser Hier steht ein Pferd unter Wasser Shhhh What? Da liegt irgendwo einer Shhhh Ich hab ein sehr außergewöhnliches Ach die Summe Sau Alter ich könnte ihn schon wieder Hier ich fahr mit einem Boot hin Ich umfahre die jetzt einfach Ich seh zwar nicht wo ich hier gerade hinfahre Ich bin doch jetzt Spurs schon Rang 1 oder was? Ich bin doch jetzt schon Rang 1 oder was? Ich bin doch jetzt schon Rang 1 oder was? Du musst denn nochmal Sitze mir Schütz Alter da ist ein gegnerisches Boot Wo? Ich seh nichts Ja also Da kommen wir jetzt nicht mehr nachher Ja voll Ich hab jemanden getroffen Oh Es war ein Torpedel Hier stehen 5 Leute aus einem Team Auf einem Fleck Aus hier Ich häng fest Da oben ist ein Gegner Ich hab ihn schon gesehen Oh Panzer Ok Ich hab einen getötet Fuck hier Ich brauche Hilfe Sofortige Hilfe bitte Sehr gut Ich hab ihn getötet Ja versteck dich irgendwo Oh Gott Au 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 Ich werde eingeschossen Was machst du denn? Schrei nicht so Ok Ich dritte Stefan bei Ne Brandbombe Ist das ein Panzer? Alter Feindlicher Panzergesichter Mist Ein mehr Panzer hat mich gleich Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Hier Beim Panzer Panzer ist down Ich bin da Ok Dein Feindlicher Sanitäter Wir sind immer noch bei Alter die sehen uns nicht Hinter dem Haus Ich hab einen mit der Brandkanate getötet Hehehe Und einen Trupp ausgelöscht Die Brandkanate war sehr gut Geschmissen Mal süß Seht ihr nicht? Dein Feind ist wert Oben bei D Wo sind welche? Wo sind welche? Alter hier kommen irgendwo Sniper Schüsse zu mir Ich werde von D-Warpfeilen weg Hä Wo ist denn hier jemand? Ich bin doch auf der Straße Wow 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 wow! Pack ich wieder getroffen an. Hier, erste Hilfe! Nein. Hier, erste Hilfe! Erste Hilfe! Erste Hilfe! Der ist gerade richtig was aus. Alter, mich hat's voller bestimmt. Was?! Ach der Panzer da oben, der schießt hier runter. Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben Einsatzstil Emil verloren. Wollen wir überhaupt auf D oder was? Eigentlich würde ich die Boots stellen, aber... Lukas hat mit seiner Bootaktion nicht viel reißen können. Was hab ich? Mit der Bootaktion nicht viel reißen können. Alter! Ein Panzerauto. Ein Toter, Hilfe! Panzer! Ist das Auto kaputt? Lass mich deine Wunden versorgen! Und ein Sniper auf dem Wasser. So, jetzt mal Sturm auf die Burg. Erobert das Ziel dort! Das wird auch nix. Oder wollen wir erst D wieder einnehmen? Okay, dann D wieder einnehmen. Wir sollten erst mal D machen, weil damit wir einen Rücken frei haben. Okay, ist egal wie. Du bist ja sowieso in der... Okay, D wird übernommen. Max, wir kümmern uns jetzt um die Burg. Klar. Ne, das... Was von wo? Bringt nichts alleine auf die Burg zu gehen, Lukas. Wir müssen warten, bis hier alle kommen. Aber D ist doch gleich übernommen. Ja, dann geh wenigstens hin und nimm noch die Punkte mit. Dieser scheiß Sani, der soll mich jetzt... Er ist so blind, ne? Er ist so blind. Ich komme, Stefan. Wo bist du? Danke. Bei D. Wird gerade wieder überlegt. Irgendwie spiele ich gerade nur... Ich wurde befördert. Ich wurde befördert. Ist ja irgendwo ein Auto. Alter, ne Brandwaffe. Alter, der schreit ja richtig, wenn er brennt. Hier hinten ist ein Auto. Ich habe ein Auto. Hier, wer braucht noch Hilfe? Hallo? Hallo? Komm, schau! Komm, schau! Kommt jemand mit aufs Auto? Wo bist du denn? Ich seh dich nicht. Wo ist Max? Da hinten. Okay, ich komme, ich komme. Geil, das Sniper-Auto. Das ist sofort runtergeschossen. Wohin? Perfekte Wahl auf G. Zur E. Ne, auf E. E ist gut. Ist gut. Vielleicht schaffen wir es ja. Oh, nice. Aber nicht ins Wasser fahren damit. Das glaube ich kaputt war. Wir haben uns festgefahren. Sehr gut. Immer stehen bleiben. Nicht... Ach, das schaffen wir schon. Jawoll. Guck, da ist schon hier der erste Anstor. Fahr direkt rein durch das Tor. Einfach Überraschungseffekt nutzen. Feuer! Wo sind sie? Raus! 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 Hilfe! Ich bin unten in der Burg drin. Ich hab ihn getötet. Von hinten. Au! Au! Was ist? Was ist denn jetzt? Seid ihr noch im Spiel? Ne, bei mir. Ledrad Schwarz und Ladebild. Ja. Was ist jetzt? Serververbindung unterbrochen. Boah, Alter. Und mit dieser herben Enttäuschung... Liebe Zuschauer... Mit dieser herben Enttäuschung endet diese Folge. Okay. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Till dann! Tschüss! Es ist einね